Hallo liebe Fußball-Quiz-Freunde, willkommen auf Werners Fußball-Ecke. Richtig, heute habe ich 21 Bundesliga-Quiz-Fragen und 4 internationale Quiz-Fragen für euch. Ganz verschiedene Fragen über die aktuelle Bundesliga oder über die Karriere der Fußballspieler. Du wirst, denke ich mal, niemals alle 25 Quiz-Fragen schaffen. Dann viel Spaß mit dem Fußball-Quiz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.